Schön, Sie zu sehen. Nehmen Sie eins der Gewehre vom Tisch. Sie kennen das Spiel. Auf zur ersten Station und mit dem Gewehr zielen. Nun zielen Sie mit Ihrem Gewehr, Soap. Also, schießen Sie jetzt mit der Zielvorrichtung auf jedes Ziel. Zauberhaft. Okay, schießen Sie jetzt aus der Hüfte auf die Ziele. Jetzt werden die Ziele von etwas Sperrholz verdeckt. Schießen Sie durch das Holz auf die Ziele. Kugeln werden dünnes, schwaches Material wie Holz, Putz und Blech durchschlagen. Wir tauchen nacheinander Ziele auf, eins nach dem anderen. Treffen Sie alle so schnell wie möglich. Wirklich gute Arbeit, Kumpel. Holen Sie sich nun eine Pistole. Gut, jetzt wechseln Sie auf das Gewehr. Ziehen Sie jetzt Ihre Pistole. Denken Sie dran, zur Pistole zu wechseln ist immer schneller als nachladen. Mit dem Messer sind Sie noch schneller als beim Wechseln auf die Pistole. Zerschneiden Sie die Wassermelone. Sauber, Ihre Obsttötungsfähigkeiten sind erstaunlich. Captain Price möchte Sie sehen. Er ist der neue, Sir. Gehen Sie nicht zu hart ran. Es ist ein erster Tag. Also was ist Soop überhaupt für ein Name? Wie hat einer wie Sie überhaupt die Grundausbildung geschafft? Soop, nun sind Sie mit dem Häuserkampf dran. Alle anderen ab zur Beobachtung. Für diesen Test müssen Sie das Fahrschiff in weniger als 60 Sekunden meistern. GAS hält mit 19 Sekunden den aktuellen Rekord. Viel Glück. Über die Leiter da drüben. Nehmen Sie die MP5 und 4 Blattgranaten auf. Auf mein Zeichen, aufs Deck und zur Position 1. Danach die Treppen runter auf Position 2. Dann zur Position 3 und 4 und meinen Anweisungen bei jeder Position folgen. An das Seil, wenn Sie bereit sind. Los, los, los! Treffen Sie die Ziele! Position 2, los! Treffen Sie die Ziele! Blendgranate durch die Tür! Position 4, treffen Sie die Ziele! Position 5, los! Treffen Sie die Ziele! 6, los! Blendgranate durch die Tür! Treffen Sie die Ziele! Finale Position, los! Rennen Sie zum Ziel! Ziemlich gut, Soob, aber ich habe schon Besseres gesehen. Gentlemen, die Frachtschiff-Mission läuft. Machen Sie sich bereit. Wir starten um 0200. Wegdreht. ...Plate, hier Hammer 2-4. Wir haben Sichtkontakt zum Ziel. Noch 60 Sekunden. Verstanden, 2-4. 30 Sekunden, Licht aus. Zehn Sekunden. Voter ist auf sicheren, Kamerawechsel. Ziel erfasst. Grünes Licht, los, los, los. Waschenfrei haben. Feuer einstellen. Gäß, bleib im Vogel, bis wir das Dächel sichert haben. Over. Stoppiert. Druck zu mir. Treppe gesichert. Letzte Runde. Gang gesichert. Ich setze Räume. Mannschaftsquartier gesichert. Nach oben. Grünes Licht für Alpha, los. Kommt. Bereit, Sir. Verteilen. Drei Meter Abstand. Das sind zwei auf der Plattform. Ich sehe sie. Waffenfreigabe. Top hier. Ziel erledigt. Ziel neutralisiert. Wir haben Gesellschaft. Hammer, 2-4. Wir haben Ziele im ersten Stock. Verstanden. Wir greifen an. Bravo 6. Hammer, Kaufspritze. Wir ziehen ab. Big Bird wird in 10 Minuten für die Evakuierung auf Station sein. Verstanden, Hammer. Warcraft, Griffin. Halt den Druck, den Rücken treiben. Alle anderen folgen. Kapiert. Die spare ich mir für den Nahkampf. Verdammt richtig. Auf mein Zeichen. Los. Überprüft eure Ecken. Bewegung. Die Ecken überprüfen. Rechtssicher. Rechtssicher. Gang gesichert. Vorwärts. Vorwärts. Rechtssicher. Treppe gesichert. Bewegung rechts. Ziel erledigt. Gang gesichert. Überprüft eure Ecken. Sicher. Vorwärts. Bereit halten. Auf beiden Zeichen. Stich bereit. Blattgranate los. Los. Stich sicher. Geh mit Deckung. Weiter. Druck zu mir. Keine Ziele in Sicht. Vorderer Bereich sicher. Vorwärts. Nahe zusammenbleiben. GES. Rechte Seite. Bin dran. Formieren. Bereit, Sir. Los. Links sicher. Rechts sicher. Bewegung. Bewegung rechts. Vorwärts. Vorderer Bereich sicher. Bewegung. Formieren. Bereit halten. Auf beiden Zeichen. Eins bereit. Zwei bereit. Auf beiden Zeichen. Los. 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 Ja. Auf jeden Fall. Ah. Ziel erledigt. Bericht, alles okay? Kapiert. Ich empfange starke Signale, Sir. Ein Blick hierauf kann sicher nicht schaden. Das ist Arabisch. Baseblade, hier spricht Bravo 6. Wir haben es gefunden. Bereit, das Paket für den Transport zu sichern. Keine Zeit, Bravo 6. Zwei Flieger sind schnell zu euch unterwegs. Nehmt mit, was ihr könnt und dann nichts wie raus da. Die bewegen sich schnell. Vermutlich Mix. Hauen wir ab. Zub, schnappen Sie sich das Manifest im Container. Los! Alles klar, alle mal nach oben. Porto. Warcraftgriffen, wie ist euer Status? Sie sind schon im Helikopter, Sir. Feindliches Flugzeug nähert. Bravo 6, bitte kommt. Bravo 6, ist Ihr Status. Scheiße, was zum Teufel ist passiert? Das Schiff sinkt. Wir müssen weg. Soldat! Brau 6, kommen wir doch nochmal. Big Bird, Ihr Bravo 6. Wir sind auf dem Weg nach Hausmarsch. Soldat! Wir hauen ab! Richtig! Los, los, los! Direkt der Herrsch! Los, los, los! 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 Der Weg ist in Trasta. In welche Richtung? In welche Richtung ist der Helik? Los, los! Los, los! Wir haben keine Zeit mehr! Los, komm schon! Immer weiter! Wo soll er ist denn? Spring schon! Los, los! Los, los! Verstanden! Wir verschwinden! Wenn gleich nicht in Big Bird packen wir sichert, wir können zur Basis zurück. Ende! Einen halben Kilometer südlich von hier fest. Los jetzt! Bewegung! Bewegung! Gesichert! Jetzt! Hinterhalt! Kontakt rechts! Kontakt rechts! Das Gebäude soll unter Sperrfeuer nehmen! Wir müssen vorwärts! Weiter vorwärts! Zähne! Zähne nicht von uns! Alpha, nehmen wir die Pippe und doch erschießen diese Planke! Bravo! Feuerschuss geben! Na los, Jackson! Bewegung! Jetzt auf Nachtsicht umschalten! Ich bin der Winner! Die Striche kommt aus der Wirkung! Ich bin der Winner! Fäuerschuss! Hochs! Flieger! zwei insetzt! Jackson, mit Rollsowits die Treppe hoch, wir sichern den Eingang, lochs! Verstanden. Verlagern das Feuer. Attacke Ihre linke Flanke mit Ihrem Maschinengewehr. Jackson, benutze Ihr Maschinengewehr. Neh Sie nieder. Schießt uns jeweils auf Sie. Achtung. Weitere feindliche Truppen nähern sich dem Panzer. Sofort dorthin. Verstanden. Wir arbeiten dran. Over. Sicher. 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 Sir, wie geht's dann, weil Sie da draußen? Klappe halten und nageln Sie weiter fest. Verstanden. Sparfeuer. Verstanden. Was? Die Aufklärung hat feindliche Panzer in diese Richtung fahren sehen. Private West, Raub auf Sache und diese Sendung gegen die Hände. Private West hat der Wicht! West hat der Wicht! Jackson, den Wicht, die Sendung gegen die Hände! Die Sendung gegen die Hände! Feuer auf die Fahrzeuge am anderen Ende der Brücke! Beeilung! Jackson, in den ersten Stock und die Brücke ausschalten! Der Feind auf offener Fläche! Festigt von uns! Okay, das war der Letzte! Wir sind fast da! Durchhalten! Der Panzer ist auf der anderen Seite der Überführung! Los jetzt! Zurück zum Trupp! Explosion Kapitel 6 RepIRE Pimpelk Wicht Alpha 6, wie ist der Status? Pimpelk Wicht S coach ubsord Gunpowder Wir sind hier übrig, aber der Panzer ist dabei! Kontakt im Osten und mehr Pflanzenangriffe im Süden! Brandbereich halten! Das ist aufgeschützend, aber wir haben auch ein verschiedenes Gewehr! Sie kommen mit Sprengbässen rein! Lasst sie nicht zu nah an dem Panzer! BW-6, Achtung! Mehr Fallen des anderen sich westlich von Ihrer Position! Over! Zwei Charlie, BW-6, erbitte Luftunterstützung für Feuermission! Over! Negativ, BW-6! Südlich von Ihrer Position befindet sich eine feindliche ZPU! Bevor Sie die nicht erledigen, können wir keine weiteren Hubschrauber schicken! Jackson, finde diese ZPU und schalte sie aus, damit wir Luftunterstützung bekommen! Lopez, James, gebt den Weckung! Alles klar, kommen los! Sicher den heftigsten Zugang! Bewegung! Jackson, Luftunterstützung unterwegs, aber ich brauche die genaue Position! Platziere einen IR-Ring-Hall und ziehe die Aufmerksamkeit auf dich! Over! Okay, Leuchtzeichen gesichtet. Wir kommen von Nord-Osten rein. Okay, Leuchtzeichen gesichtet. Wir kommen von Nord-Osten rein. Bereit? Wir kommen von Nord-Osten rein. Wir kommen von Nord-Osten rein. Wir kommen von Nord-Osten raus. Wir kommen von Nord-Osten rein. Wir kommen von Nord-Osten rein. Ich erzähle es doch und noch jemand ist... Wir kommen von Nord-Osten rein. ...w생 grammatisch. Negativ, hier habe sie. Verstanden, alle Ziele zerstört. Wir sind raus, vier Glück, Jungs, over. Kommando, Landezone gesichert. Bringt die Techniker rein, damit wir den Panzer wegkriegen. Verstanden, sie sind auf dem Weg. Gute Arbeit, over. Der Panzer, neu formiert! Los! Wir haben nicht viel Zeit, den Panzer auszubringen. Wir nehmen Verteidigungspositionen in diesem Sumpf hier ein. Hier und hier. Schaffen wir den Technikern etwas Zeit, um ihn flott zu machen, over. Jackson, bewegt deinen Hintern! Da kommen keine aus dem Boden! Verstanden, sie sind raus auf den Suchen. Danke für die Hilfe. Wir halten die Laufenden. Das Lande und diese Feuerunterstützung, over. Das Lande und diese Feuerunterflug wieder geht. Wir halten ihn. Ich bin nicht immer in der Schule. Die Feuerkampschmerzen wurde nicht zurück. Es geht nicht so an, aus dem Fluss flott. Ich bin nicht so an, aus dem Fluss. Ich bin nicht so für mich, sondern man gut in den indictur. Feindlicher Luftangriff! Bereit machen! Sie kommen am meisten! Ich mach dir einen Raketenwerfer und schalte diese Helikopter aus. Rechte Flanke! Sie kommen über die rechte Flanke rein! Rein auf Hoffnung, Flanke! Vorwärts! Fünf, Bravo-Flex! Müll sich an den Saal voraus! Wir werden ihn weiter vordringen, wenn ihr ihn bereit vor uns besichert habt! Hober! Achtung, Filo hätten auf den Wäldern! Beruhung bereit war! Sie werden euch alle Schoppe in diese Gebäude befördern! Bereit! Schiffe, zweistötiges Gebäude auf 1 Uhr! Erste Schloss! Wir haben! Bereit! Schiffe, zweistötiges Gebäude auf 1 Uhr! Erste Schloss! Ziele auf Hoffnung! Ja! Bereit! Achtung, dreistötiges Gebäude auf 1 Uhr! Erste Schloss! Ziele auf Hoffnung! Feuer! Bereit! Dreistötiges Gebäude auf 1 Uhr! Erste Schloss! Ziel auf Hoffnung! Feuer! Feuer! Bravo-6, wir gehen rauf! Verstanden! Bereit! Schiffe, zweistötiges Gebäude auf 1 Uhr! Erste Schloss! Ziel auf Hoffnung! Feuer! Bereit! Schiffe, zweistötiges Gebäude auf 1 Uhr! Erste Schloss! Ziele erfasst! Feuer! Bravo 6, hier Warpick. Bereit zum... Bereit zum Vordringen. Over. Verstanden. Vorwärts und Position an der Biegung halten. Over. Roger. Unterwegs. Bereit. Zielerfahrt. Feuer. Bereit. Zielerfahrt. Feuer. Untertitelung des ZDF, 2020 Im Nordriss. Zielerfahrt. Wir müssen sie ausschalten. Zielerfahrt. 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 Was ist das? Schau! Wer sind Sie? Alle Handkopf! Auf, im ersten Stock! Grix, nagel du sie von hier aus fest. Bravo, rückt ab und flankiert von der Rechten. Sie ziehen sich zurück. Wachsam bleiben, es könnte eine Falle sein. Grix, nagel du sie von hier aus fest. Grix, nagel du sie von hier aus fest. Stopp, da kommt ein halblicher Panzer in die Straßen rauf. Warpik, Bravo 6, T-72 hinter dem Gebäude auf 10 Uhr. Sie können angreifen, Aura. Verstören, Bravo 6. Feuere! Feuere! Ja! Da ist ich das Scheiße! Hast du das gesehen? Ja! Das hab ich durch! Gut geschossen, Warpik. Jede Menge indirekte Tresor. Jetzt nichts wie raus hier. Komme durch. Verstanden, Bravo 6. Also, äh, sind wir jetzt da? Bravo 6, das zweite Platon ist unterwegs zum Treffen an ihrer Position. Wie ist ihr Status? Over. Die wertvolle Ladung ist heil und unterwegs. Wir sind fast bei Schnellstraße 4 und sollten bald Sichtkontakt zum zweiten Platon haben. Bein. Sargent! Hier Outlaw 2-5. Die Spezialeinheit ist unterwegs, um Al-Assad zu holen. Wir brauchen jeden Mann, also kommen Sie an Bord, over. Verstanden. Wir haben soeben Al-Assads Aufenthaltsort herausgefunden. Alle Mann an Bord. Na los! Da ist Kameras, Mann. Na los! Al-Assad ist im Dorf. Die Ultranationalisten beschützen ihn. Perfekt. Bewegung. Was zur Hölle ist denn da oben los? Es sind die Ultranationalisten. Sie sind die Dorfbewohner. Aber nicht mehr lange. Nachdenken. Verstanden. Verstanden. Wir sind hier! Das Gebäude ist gesichert. Keine Spur von aller Zahn. Weiter. So, ruft die Luftunterstützung für das Gebäude da. Wo sind 2.5 hier? Sind auf dem Weg. Bereit halten für Luftunterstützung. 2.5 hier. Wir müssen aufgarten und uns nur bewaffnen. Wir werden eine Weile nicht vergütter sein. Achtung! Granate! Gebäude gesichert. Los, weiter zum nächsten. Wo sind 2.5 hier? Wir sind angriffsbereit und erwarten weitere Anweisungen. Warum? Aus der Fall! Aus der Fall! Kursieren! Cassen Sie uns! Sini aus! Aus der Fall! Kursieren Sie uns! Das war's. Das Gebäude ist gesichert. Überprüfen wir die anderen. Helikopter ist auf dem Weg. Wir kümmern uns drum. Ende. Wir kümmern uns den Weg. 2.5 hier. Wir müssen aufhanken und uns nur gewassen. Wir werden eine Weile nicht hergestellt haben. Das Gebäude ist gesichert. Sehen wir uns das nächste an. 2.5 hier. Wir sind angriffsbereit und erwarten weitere Anweisungen. 1.5 hier. 1.5 hier. 1.5 hier. 1.5 hier. 1.5 hier. 1.5 hier. Hier wurde ihre masterpiece. Gebäude gesichert. Keine Spur von Al-Assad. Weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und denk daran, wir brauchen alles als lebendig. Tod ist dort gar nichts. Warum hast du das gemacht? Woher war die Bombe? Wer sonst? Wer? Ich will einen Namen. Einen Namen. Ich will seinen Namen. Sir, das ist sein Handy. Wer war das, Sir? Zakhaev. Imran Zakhaev. Ich bin sicher, dass Sie eine Lebensmögliche machen werden. Ich bin sicher, dass Sie eine Lebensmögliche machen werden. Sie sind unmittelbar bevor. Ausschwärmen und in den südlichen Bereich schützen. Sie kommen jetzt langsam gedankt auf, Sir. Sagen Sie weiter. Ich bin sicher, dass Sie eine Lebensmögliche machen werden. Ich bin sicher. Verstehung hat ein Tropfen. Sie hat noch eine größere Einheit, als wir sind. Verstanden. Hab ihn. Geh eliminiert. Auf Wiedersehen. Warte! Ziel erledigt. Sie benebeln die Sicht. Weg! Kannst du etwas sehen? Nicht viel Bewegung auf der Straße. Sie könnten noch messen gehen. Sie nehmen unsere Position. Wir sind hier. Gehen Sie an die Minigun und die westliche Flanke sichern. Los! Drei. Alle zurück. Drei. Die Bewegung. Drei. Drei. Drei ist im entfernten östlichen Gebäude. Die östliche Straße ist gesperrt. Drei. Auch, halten Sie die Minigun bei Laune.こと. Die Städikverheirung. Ich bin hier. Wir haben hier alles verblendet! So! Heile gescheuert! Das sind aber eine Nähe-Helis! So! Zurück zum Tavern und an die Sünder! Der Rest, der uns beschäftigt, zieht sie von der nächsten Defensivlinie! Na los! So! Wir ziehen uns zur nächsten Linie zurück! Na los! Bewegung! Dann Blöcke zurück! So! Die Sünder! Vier davon sind in der Taverne! Bewegung! Auf dem Norden lehrt die falsche Panzer! Verdammte Scheiße! Ich bin getroffen! Mehr kann Ärger! So! Rüber zu der Scheune am nördlichen Ende des Dorfes und die Panzer stoppen! Da ist eine Javelin in der Scheune! So! Die Javelin ist in der Scheune! Los! 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 Wir sind eben in den aserbaidschanischen Luftraum eingebunden. Die Ankunft in vier Minuten. Bereit machen zur Aufnahme. Roger. Bereit für den Schlag. Bravo 6, die Handelsbrot ist frei. Wir können da nicht landen. Wiederhole. Können nicht am Bauernhof landen. Hier sind überall Raketenstellungen. Na, sensationell. Und wenn die da landen? Bravo 6, wir empfangen viele feindliche Radarsignale. Wir versuchen näher am Fuß des Hügels zu landen, um nicht erfasst zu werden. Okay, wir haben uns den Harsch aufgerissen, um zur Landezone zu kommen. Und jetzt sollen wir den ganzen Weg zurück. Vergiss es, Käß. Wir müssen zur neuen Landezone am Fuß des Hügels gelangen. Jetzt! Sog wir raus! Sog wir raus! Robo 6, wir kommen ganz in der Schloss. fish zu Blitzschuss. Reise, wir gelegt euch front und zur Landezone. Foxtrot am Fuß des Hügels. Ende. Verstand uns auf das Schuss. In der Schloss. Das ist unsere letzte Chance. Bewegung! Oh Gott! Los geht's, los geht's! 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 Los geht'n Mönch mercy! Los geht'n hin! Los geht's! Möchuk! Los geht's! rapport! Los geht's! Auf ein Klicke! Okay, jetzt ist es her. Alles klar, der Seite. Captain Price, hier ist Drift Delta 6. Wir sichern den Ostflügel und sind unterwegs zur Basis-Sicherheitszentrale. Over. Verstanden, Delta 6. Wir sind direkt über euch in der Lüftung. Passt auf, wo ihr hinschießt. Verstanden, Sir. Captain Price, hier zwei, Yankee 6. Wir stoßen im Süßflügel auf heftigen Widerstand. Sie haben unseren Zugangspunkt abgeriegelt. Over. Verstanden, Yankee 6. Gruppiert euch mit Team 2 und helft ihnen die Kontrolle über die Basis zu erlangen. Over. Verstanden, Sir. Wir ziehen uns zurück und schließen uns mit Team 2 zusammen. Yankee 6, Ende. Captain Price, wir senden Ihrem Team die Abbruchcodes, die Sie für die Selbstzerstörung der Raketen brauchen. Sie haben noch 15 Minuten, bis diese Raketen die östliche Küste erreichen. Over. Die Abbruchcodes, die Sie haben noch nicht gemacht. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG 8, 4, 6, 1, 4, 3, 4, 1, Stellung weg! Er wird uns not planen! KV, Gas hier! Wir haben die Sicherheitszentrale der Basels übernommen. Wie ist der Status? Over! Team Zvakkun Station Zvakkun öffnet die Außentür zur Startkontrolle. Verstanden, wir sind dabei. Bereithalten, wir haben es gleich. Geschafft! Die Türen sind jetzt aktiviert. Oh Mann, was für ein Mist! Ja, es geht das nicht ein bisschen schneller? Negativ, Sir. Aber wie wäre es mit ein bisschen ziehen, wenn das Spaß macht? Alter Frechdachs! Alter Frechdachs! Team 3, wie ist euer Status? Over. Team 3 in Position an der Südostseite des Startkontrollraums. In Bereitschaft. Seid ihr an der anderen Wand? Over. Bestätigt! Bereiten Eindringen vor! So, Sprengsätze platzieren! Los! Los, los, los! Sie gehen rein. Sicher! Zog die Kurs eingeüben! Wir achten auf heistliche Versorgung! Zur Bestätigung bereithalten! Bereithalten! Bravo 6, alle Sprengköpfe wurden im Flug zerstört. Es gibt unzählige Bruchstücke, aber die meisten landen im Ozean. Türs, ziehen Sie sich die Übertragung an! Zerkei! Erhebt ab! Captain Price, hier Gas aus der Sicherheitszentrale. Sie sind mit Trucks gekommen. Ich denke, wir können sie brauchen, um hier rauszukommen. Ich übertrage die Koordinaten des Fahrzeugdepots. Verstanden! Treffen uns beim Fahrzeugdepot. Ende. Alle mal mir nach. Gehen wir! An alle Teams, hier Kommando. Wir empfehlen, das Gebiet sofort zu verlassen. Große feindliche Streitkräfte nähern sich ihrer Position. Verschwinden Sie jetzt! Wir haben Gesellschaft! Feindliche Verstärkung kommt! Bewegung, Bewegung! Hier spricht Gas! Wir werden hier oben am Fahrzeugdepot beschossen! Wo zum Teufeln seid ihr? Hier komm' den Lift rauf. Bereit machen. Also, ich hätte ja nichts dagegen, Sakayef ins Visier nehmen zu können. Hinten anstrengen, noch mal anziehen! Genau, sieht vorher auf Ende. Alles klar, die Trucks! Los jetzt! Ihr habt ihn gehört! Bewegung! ... Verschwinden! Machstum Freigabe der shove! Wieder hoch! Weder Leicht, es war ein Teil vonaden! Thinner ist verletiert! Thinner ist verletiert! Rest! Oh, das ist ganz früh! Auf geht's! Hey! Ja! Die Flache der herd! Hey! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020